so und damit ein rechteres willkommen wieder zu einer weiteren folge der last of us part 2 in der letzten folge sind wir in dem museum durchgelaufen und haben ja ja sind ein bisschen bei den dinosauriern gewesen und im weltall jetzt gucken wir mal wo uns jetzt der weg hinführt und schauen wir mal ob er jetzt hier irgendwie noch die tierwelt uns angucken können ich gehe davon aus wie soll jetzt hier runter springen heute geburtstag höre endlich auf damit na dann spring doch mal rein wir müssen noch mehr erkunden oder wenn ich es auch mal eine arschbombe machen können so dann lass uns doch mal hier rein gucken was wir hier noch so geiles finden in diesem museum das ist der natural history center da wird es wahrscheinlich um die tier und pflanzen weg geht mich da rein ich weiß nicht das problem ist man weiß ja nicht was sich so dahinter befindet es kann ja auch nicht so freundliches auf der anderen seite aber gar nicht so hoch wie sie so wie muss es die tür auf okay schlechte neuigkeiten irgendein mist blockiert die tür aaaah mal nach ob ich anderswo rein kann haa okay okay sei vorsichtig der joel geht außen rum wir gehen jetzt hin hier gibt es die dinosaurier hier gibt es ja keine dinosaurier das ist ein naturkundin kundizentrum hier gibt es hauptsächlich tiere naturkundin kiert hier wird nord america so sieht es nämlich aus hier werden die ziemlichen tiere dargestellt wie zum beispiel leck mich an alles gute kommt ja der wird von wölfen ms amuse 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 wird von wölfen zerfleischt i killed for them what der braucht eine umarmung ich habe für sie getötet ja das ist äh der ist ein bisschen scary warum das da ähm zu allerwand stehend so eulen guck mal eulen adler weißkopf seeadler und 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 oh schön schön schau ich euch an kichit schön euch verschiedene singvögel oh schön 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 die vier soldaten am tor der letzte hat geweint ähm ich will jetzt mal behaupten alter scheiße ich will behaupten hier sind wir nicht allein die ist an ihrem eigenen bluter stickt die frau die wir gefoltert haben sie ist an ihrem eigenen bluter stickt alter was ist denn mit euch verkehrt ok komm ich nehme jetzt mal hier mit the fleshchen the stragglers who snuck into camp they just wanted food what die versprengten die sich ins lager geschlichen haben sie wollten nur etwas essen was ist euer problem the kid who ran into the blast okie dokie das kind das in die explosion gerannt ist ich konnte es nicht aufhalten ach du meine fresse the people in in the van we locked them and dosed with get alter die leute im van wir haben sie eingeschlossen und mit benzin übergossen was seid ihr denn für kranke bangels junge there is no light da ist kein licht alter das ist ja jetzt mal ein bisschen an anspannung pur für eine rückblende die vor drei jahren ist ja man darf jetzt nicht vergessen wir sind immer noch in einer rückblende wir wollten das leid beenden wir wollten die menschheit retten jedes mal wenn wir einen teil von uns geopfert haben sagten unsere anführer das ist es wert jetzt haben wir uns aufgeregt gelöst und nichts kann unsere sünden mehr entschuldigen ich dachte hierher zu kommen würde würde wieder irgendwas in mir entfachen einen sinn meine eltern sind so gerne mit mir hier gewesen es ist eine meiner frühsten erinnerungen von vor dem ausbruch vor der ganzen grausamkeit und brutalität diese erinnerungen haben mich nur noch wütender gemacht ich will in dieser welt nicht mehr leben ich kann die person nicht mehr ertragen zu der ich geworden bin ich glaube das ist in so einer situation auch super schwierig weil ich glaube schon dass man gewisse sachen macht oder gewisse sachen machen muss die man unter normalen umständen nicht macht und ich glaube dass man sich dann ganz schnell wundert was man alles wirklich macht im falle wenn es um leben und tot geht das ist krass und er hier der jetzt hier so liegt glaube ich hat auch für sich keinen sinn mehr hier drin gesehen hier irgendwie rein dämliche fake Viecher ähm ähm are you sure dass die fake sind wow was war das denn ein wildschwein wie kommen da Tiere rein ich dachte das sind nur ausgeschoppte Tiere da schafft die j кон neste die Moral wie sachen ich die Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Na komm. Untertitelung des ZDF, 2020 Wollte ich mir jetzt wirklich sagen, dass du jetzt bei der Rückblende die ganze Zeit hier gepennt hast, über zwei Tage lang, und Dina da hinten alleine gelassen hast? Obwohl es dir nicht so gut ging? Was ist denn das für eine... Du bist ja auch eine Freundin, du. Erzähl mal nach deiner Traum-Session da. Hättest du doch mal zu Dina zurückgehen können. Oh, lass mich raten. Die liegt jetzt nämlich nicht mehr hier. Genau, die sitzt nämlich oben beim Funkgerät wahrscheinlich. Und versucht jetzt hier irgendwie zu funken. Aber auf jeden Fall eine geile Rückblende war das auf jeden Fall. Schön in dem Museum. Und... Bin ich jetzt blöd? Ja, ich bin blöd. Ich muss ja hier rein. Ja, ich muss da rein, um in den Funkgerät zu kommen, weil... Was mich raten, Dina wird nämlich... Nicht da stecken. Wo steckt sie denn? Wo steckt sie draußen? Ach, hier kann ich jetzt nicht mehr raus, oder was? Ähm... Hallo? Ich hab da... Hallo? Oh, da übergibt sich wer. Gut. Das gucken wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Weil wir machen heute eine etwas kürzere Folge, damit wir den schönen, feinen Cut haben. Damit wir hier die Rückblende komplett einmal beendet haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Euch hat es heute ein bisschen wieder gefallen. Ähm... Dementsprechend, wie gesagt, die Folge wird heute ein bisschen kürzer. Sind around about 12 Minuten. Nicht ganz, ein bisschen weniger, aber ist okay. Ähm... Lasst ein Like da, lasst ein Kommentar. Und... Damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert unseren Channel. Bis dahin sage ich erstmal... Reingehauen! Schönen 000 ... Schönen